So Leute, im heutigen Video müssen wir uns über ein paar wichtige Dinge unterhalten, denn ich werde euch gleich eine verrückte Korrelation zwischen Bitcoin und dem US-Dollar-Index zeigen. Dann werden wir uns anschauen, was die Top-Experten momentan vorhersagen, wie das Ende des Jahres aussehen wird. Ich habe euch noch einen Chart mitgebracht, der uns zeigt, dass wir möglicherweise, also ganz vielleicht doch noch zum Ende des Jahres, massive Preisbewegungen nach oben erleben könnten. Und zu guter Letzt möchte ich noch über Volt sprechen. Das ist eine weitere Landingplattform, die, ja wie es scheint, auch insolvent gegangen sind und jetzt die Auszahlung stoppen mussten. Und damit willkommen zurück, meine Freunde. Mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man hier Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke. Und dann würde ich sagen, lasst uns direkt mal mit dem 4-Stunden-Shot wie immer anfangen. Was man jetzt sehen kann, ist, dass wir gestern tatsächlich eine kleine Rallye gehabt haben, wo wir versucht haben, in diese orangefarbene Box zu gelangen. Wir sind abgeprallt und jetzt gerade laufen wir weiter seitwärts. Im Grunde genommen hat sich also nichts wirklich geändert. Meine Strategie bleibt immer noch die gleiche. Meine Gedanken zum Markt sind auch immer noch dieselben. Aber auf dem Weekly-Chart, da kann man jetzt sehen, dass wir uns innerhalb dieser blauen Blase befinden, die eigentlich in der Vergangenheit immer eine gute Kaufgelegenheit gewesen ist. Also jedes Mal, wenn wir unter die rote Linie gefallen sind. Ich meine, das wisst ihr ja bereits. Aber eine Sache, die ich euch noch gerne zeigen möchte, das ist die Korrelation zwischen Bitcoin und dem US-Dollar-Index. Also wenn ich jetzt einmal den US-Dollar-Index einschalte. Zunächst mal, was ist das überhaupt? Der US-Dollar-Index, das ist ein Maß für die Stärke des US-Dollars im Vergleich zu all den anderen Fiat-Währungen, die wir auf der Welt haben. Was man jetzt hier auf jeden Fall sehen kann, ist, dass nachdem wir wirklich eine ganze Weile in einem Downtrend gewesen sind, wenn ich mal ein bisschen rauszoome, da könnt ihr sehen, dass wir definitiv eigentlich in den letzten 20 Jahren oder vielleicht sogar mehr, ich würde eher sagen 40 Jahre, da haben wir uns definitiv in einem Abwärtstrend befunden. Wenn man jetzt allerdings ein bisschen mehr reinzoomt, also dort, wo wir jetzt gerade sind, da kann man sehen, dass wir tatsächlich einen mehrjährigen Widerstand durchbrochen haben. Wir haben den jetzt nicht nur durchbrochen, sondern wir haben das Ganze auch beim Dollar-Index geretestet und momentan sieht es danach aus, als wollten wir weiter nach oben steigen. Das Ganze ist also alles andere als ein schlechter Chart und sieht ziemlich bullisch aus. Das einzige Problem an der ganzen Sache ist, dass wir normalerweise eine umgekehrte Korrelation zwischen dem US-Dollar haben und Bitcoin. Was bedeutet, wenn der US-Dollar-Index stärker wird, dann geht Bitcoin normalerweise nach unten und wenn der US-Dollar schwächer wird, dann trendet Bitcoin normalerweise nach oben. Ich will euch das hier auch nochmal zeigen, also dieser türkise Chart, das ist der US-Dollar-Index und genauso wie ich vorhin gesagt habe, in der Vergangenheit, was man sehen konnte, war, dass wenn der US-Dollar nach oben steigt, dann kann man sehen, dass Bitcoin normalerweise nach unten geht und umgekehrt, wenn der US-Dollar-Index eben nach unten geht, dann sieht man normalerweise, dass Bitcoin nach oben steigt. Also hier sind wir nach unten gegangen, Bitcoin ist gestiegen, Bitcoin ist gesunken, der US-Dollar ist gestiegen. Auch hier an dieser Stelle ist der US-Dollar-Index gesunken und Bitcoin ist im Gegenzug dazu nach oben gegangen. Jetzt gerade haben wir eine längere Phase erlebt, in der der US-Dollar-Index gestiegen ist und Bitcoin eben gefallen ist. Das ist also definitiv ein ziemlich interessanter Punkt, den wir auf jeden Fall im Auge behalten sollten und momentan sieht das Ganze dann auch noch aus, als wären wir bullish beim US-Dollar-Index. Aber ihr dürft nicht vergessen, es handelt sich hierbei um eine Fiat-Währung und US-Dollar mit der Zeit, der kann nicht besser abschneiden als andere Assets. Bedenkt auch, dass der US-Dollar in Zeiten der Unsicherheit wahrscheinlich, also eigentlich immer noch die stärkste Währung ist, weil im Vergleich zu anderen Fiat-Währungen ist natürlich der US-Dollar stärker. Aber irgendwann wird sich das Ganze wieder ändern und der Markt wird sich auf einen doch eher risikofreudigen Markt einstellen und dann werden wir wieder massive Anstiege bei Bitcoin, bei Tech-Aktien und bei den Märkten ganz allgemein erleben. Je höher wir bei dem US-Dollar-Index sind, umso mehr Raum haben wir einfach für Pumps in der Zukunft, also bei Bitcoin und den traditionellen Märkten. Das ist definitiv eine Sache, die ich im Auge behalten werde, deshalb abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr das Ganze nicht verpassen möchtet. Ich halte euch hier definitiv auf dem Laufenden. Eine weitere Sache, die ich euch gerne zeigen wollte, das ist die momentane Liquidität am Markt. Und was man hier bei Bookmax sehen kann, ist, dass wir massive Kaufaufträge für Bitcoin haben, und zwar fast 1000 Bitcoin in dieser 19.000-Dollar-Umgebung. Sollten wir also bei Bitcoin tatsächlich einen weiteren Drop sehen, dann erwarten wir oder können wir auf jeden Fall erwarten, dass diese Kaufaufträge ausgelöst werden und dass wir dann massive Unterstützung für Bitcoin haben werden. Hier kann man sehen, wir haben eine ziemlich dicke rote Linie. Das ist die aktuelle Liquidität im Orderbook und das sind einfach massive, massive Kaufaufträge. Das ist normalerweise das, was man auch in letzter Zeit bei den Drops in den 19.000-Dollar-Bereich gesehen haben. Da konnte man sehen, wir hatten einen ziemlich großen Drop, boom, boom, sind nach unten gegangen und da hatten wir einfach eine massive Liquiditätsrate. Diese Leute sind genau in diesem Level eingestiegen und von diesem Level sind wir dann auch, wir haben ein paar kleinere Pumps nach oben gesehen, aber definitiv sind wir nicht unter dieses Level gefallen. Und sollten wir jetzt so weitermachen, da können wir sehen, dass das 19.000-Dollar-Level, da haben wir massive Liquidität bis zu dem Punkt, wo wir nach unten gegangen sind, da war die Liquidität und von diesem Level, also von diesem ganz allgemeinen Bereich, sind wir dann auch wieder nach oben gestiegen. Definitiv eigentlich eine ziemlich interessante Sache. Hier konnte man auch einen weiteren Drop in den 19.000-Dollar-Bereich sehen, da haben wir auch Unterstützung gefunden und im Grunde ist das ziemlich der Punkt, wo wir jetzt gerade sind. Wir sehen also ein paar schöne Pumps nach oben, ein bisschen Seitwärtsbewegung, aber so ganz allgemein glaube ich auf jeden Fall, dass das 19.000-Dollar-Level ein Level sein wird, was viele Leute versuchen werden zu verteidigen. Werden sie das schaffen? Das bleibt natürlich abzuwarten, aber nichtsdestotrotz, Bookmap ist auf jeden Fall ein super, super nützliches Tool, um die Liquidität am Markt zu tracken. Und übrigens, Bookmap war so freundlich und die haben unserem Kanal 20% Rabatt gewährt. Das bedeutet, falls ihr euch Bookmap selber zulegen möchtet, dann habt ihr jetzt die Gelegenheit, diese Woche noch 20% Rabatt auf Bookmap zu bekommen. Deshalb, bei Interesse, schaut euch das Ganze in der Videobeschreibung einfach mal an. Und außerdem, falls ihr von dieser Volatilität profitieren möchtet und ihr möchtet das Ganze traden, dann könnt ihr jetzt bis zu 4.500 Dollar als Trading-Bonus auf Femex bekommen. So, und jetzt lasst uns mal darüber sprechen, was die Experten für den S&P 500 erwarten. Tatsächlich erwarten sie eigentlich einen Rebound in der zweiten Hälfte des Jahres, im Durchschnitt mit einer 17% Reddite in der zweiten Jahreshälfte. Das würde bedeuten, dass sie tatsächlich erwarten, dass wir bis zum Jahresende bei ungefähr 4.500 stehen. Ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal direkt auf den Charts an. Wo sind wir momentan? Momentan sind wir bei 3.800. Das würde also bedeuten, dass sie tatsächlich mit einer Rallye rechnen, bis, im Grunde genommen bis zu diesem massiven Widerstandslevel hier oben bei der orangenen Box. Bis zum Jahresende sind es jetzt also noch gute sechs Monate. Deshalb, ich bin schon richtig gespannt, ob sie damit richtig liegen werden oder nicht. Vielleicht erwarten sie ja auch, dass die Fed ihre massiven, aggressiven Zinserhöhung am Ende doch wieder lockern werden muss. Wir müssen aber einfach mal abwarten. So, und jetzt lasst uns über Volt sprechen. Volt, das war eine andere Landingplattform oder ist eine andere Landingplattform und die haben jetzt auch ihre Auszahlung gestoppt. Man sieht also immer noch diese Dominion-Effekte, die im Kryptobereich stattfinden. Ich hoffe, ihr habt nicht zu viel Geld in Volt selbst investiert. Aber nichtsdestotrotz, sie haben auf jeden Fall die Abhebung gestoppt. Sie haben auch die Einzahlung gestoppt. Und sie sind momentan auf der Suche nach, ja, wir müssen mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber so ganz allgemein, bei diesen ganzen Kreditvergabe-Plattformen, da sieht es wirklich nicht so gut aus. Wenn ihr da Geld habt, ich würde auf jeden Fall in Betracht ziehen, das Ganze wieder abzuziehen. So, jetzt lasst uns mal hierüber unterhalten. Wir hatten eine massive parabolische Phase, die 336 Tage gedauert hat. Und dann haben wir noch den Teil eines Bärenmarktes. Boom, wir gehen seitwärts, gehen nach unten und dann haben wir einen weiteren Pump. Das Ganze hat jetzt 728 Tage gedauert. Der parabolische Zyklus danach, der dauerte tatsächlich dreimal so lange wie die vorige parabolische Phase. Also das Dreifache von 336 Tagen, das ergibt im Ergebnis 1057 Tage, was die gleiche Länge wie diese parabolische Phase hier ist. Werden wir jetzt das Gleiche mit dieser zweiten Phase sehen, 720 Tage. Das würde dann mal 3, 2170 Tage bedeuten. Was wiederum bedeutet, dass wir möglicherweise immer noch in einem Superzyklus sind. Leute, ich will dazu nochmal sagen, ihr solltet das alles hier mit Vorsicht zur Kenntnis nehmen. Das ist eine Sache, die man nach einer ganzen Weile immer anpassen kann. Macht euch nicht zu viele Gedanken darüber. Aber ich fand es trotzdem einfach interessant zu sehen, dass diese eine Phase dreimal so lange gedauert hat. Vielleicht wird also diese Phase auch dreimal so lange dauern. Aber schreibt mir doch mal unten im Kommentarbereich, was ihr von der ganzen Sache haltet. Ich persönlich glaube an sich immer noch, dass wir noch ein bisschen weiter nach unten gehen werden. Dass wir noch eine ganze Weile weiter seitwärts laufen. Und dass es erst dann wieder zu massiven Pumps für Bitcoin kommen wird. Aber um ehrlich zu sein, das sehe ich jetzt nicht in der ganz nahen Zukunft. Im Grunde genommen war es das auch schon für dieses Video. Falls euch das Video gefallen hat, wie immer Leute, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Teilt das Video mit euren Freunden. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.